Bewusste Ernährung. Da muss ich also zugeben, ich selbst, ich habe früher meist einfach immer nur so drauf losgegessen. Völlig unbewusst. Einfach alles reingeschaufelt, was da war. Wenn der Teller leer war, dann wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich überhaupt gegessen habe. Das ging da rein und da sofort wieder raus. Heute ist es anders bei mir. Heute ist es anders, seit ich nämlich bei vollem Bewusstsein esse. Da kau ich jeden einzelnen Bissen erstmal eine ganze Zeit lang, ausschließlich nur links herum, vollbewusst durch. Und dann denselben Bissen auch nochmal auf der anderen Seite, also entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn auch nochmal. Und wenn Sie dann so eine Brokkoli-Knolle eine gute halbe Stunde lang in alle Himmelsrichtungen durchgekaut haben, das vergessen Sie nie wieder. Das bleibt Ihnen immer bewusst, das ist bewusste Ernährung.